Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Battlefield 3 mit Vakus Ich bin ein bisschen erkältet, aber... Wir haben uns schon mal gedacht, komm Können sie dir? Ich bin hier für Golf von Oman und Oman groß Und ich muss mich für meine Stimme ein bisschen entschuldigen Ich bin ein bisschen erkältet, aber... 48 Mann, glaub ich... Oh, warte! Wo war der denn? Ich bin tot Oh, nein! Der hängt da Oh, knapp war das Ich muss kurz mit ihm ins Auto machen 2% hat er noch 2% Achso, der hat sogar 100% Oh, ich bin hier überlebt Oh, ich bin auch hier überlebt Oh, Panzer! Meiner! Unser! Unser Panzer! Sind die anderen, sind die anderen Loll, ich bin anvisiert Da hockt einer Da hockt einer hinten, oder? Ja... Oh, ich bin jetzt ein bisschen gehorter Oh, der ist tot Komm, scheiße, der hockt ja immer noch Wo ist... Ah, der ist ja immer noch bei uns, hier? Da sind 2 Leute, ab und ab und ab und ab und ab und ab Aber jetzt sind wir hier weg Ich komm jetzt, ich join jetzt auch mal bei euch Ja, so Geh mal weg, scheiß Buggy, ey! Mal kurz gucken, wir haben jetzt glaube ich alle Punkte fast Hat aber Spaß Wo sind die Gegner? Hat er aber gegeben So war nicht hier, ey! Willst du den anderen Panzer nehmen? Ja! Ach, die sind voll viele, Alter! Ich bin alle oben auf dem Dach! Wir können ja gerne hoch bleiben, wenn du willst! Ich geh mal hoch! Ja, die sitzen da schon! Lol! Oh Gott! Wieso schießen die auf dich? Ich komm mit hoch! Oh, pass! Weil die mir warnen wollen, dass sie da oben zu viel gelegt haben Und wir müssen dann freuen, wenn wir hochkommen Ich kenn sowas! Ich kenn sowas! Das ist aber total lustig! Mann, das ist ja so doof, was ich nicht nach oben gucken kann! Ich muss die ganze Zeit die scheiß Leiter angucken! Bist du oben? Ne, ich bin noch nicht oben, aber ich bin jetzt gleich oben Die zielen aber jetzt auch durch die Treppe Ja, ich weiß, die freuen jetzt Die freuen richtig hart Egal, was ich meine Ich bin noch nicht oben, Alter! Wir müssen mal nimm mal oben! Ja! C4-Springstoff Oh, sind die lustig, Alter! Bödümtsch! Ja, und ich bin direkt wegschossen, Scheiße! Der kann sich nicht hochklappen Los mal! Ey, weißt du was? Ich hol mir jetzt einen Panzer! Wir müssen noch mal hochballern, sagst du? Ja, ich hol mir jetzt einen Panzer Welcher Einsatzziel ist das? Äh, G Ja, auf dafür, ne? Hehehe Ich hoffe, jetzt geh ich nicht mehr, wenn wir uns hängen Jetzt wird man schön gefördert, Alter! So! Die hocken hier immer auf da oben! Oh nein, so nah dran! Alter, sind wir von Schifte da oben! Oh Mann, ey! Kann ich hier mitfahren? Oh, der macht einfach so kacke hier! Komm zu! Komm, das muss doch jetzt einfach funktionieren! Wo ist denn jetzt A? Guck mal A, ich nehme mal dahinten! Um! Hast du getroffen? Ja! Töloi! Wieder! Alter, töst sie nicht! Ne, jetzt sind sie irgendwie irgendwie gespist! Ne, da sind immer noch oben welche! Ich seh die von hier oben noch! Äh, von hier unten! Ja, wieder eingetroffen! Die sitzen da oben, aber an den Rändern halt! Naja! Außer gucken, wenn sie runterspringen! Hab ja schon gewonnen, ey! Oh, die sind runtergesprungen! Kann auch sein, weiß ich nicht! Ja! Wieso verlieren wir jetzt B, Alter? Die nehmen nämlich G ein, deswegen! Oh ja! Da fallen ja auch zwei Tanks mit so rum, ey! Das geht! Haben gleich wieder alle Punkte! Mich braucht man hier gar nicht, ey! Haha, scheiße! Wir haben mal einen geilen 0-1 hier! Ja, da honken sie! So, jetzt haben sie E! Wir haben hier ein E jetzt! Erstmal abzuheben! Alter, ich bin schon übelst beschossen und ein paar GE! Ja! Ja! Oh Gott! Boah! Tore! Ja, ich geb ja schon Gummi! So, dann warten wir hier! Da ist einer, da ist einer! Gib ihm! Alter! Ich sterbe nicht! Doch! Einen hab ich! Einen hab ich! Einen hab ich! Einen hab ich! Gar nicht! Alter, heizt aber auch rein, ey! Mit dem Ding! Werden wir grad wieder ein? Werden wir grad wieder ein? Werden wir grad wieder ein? So, fahren wir weiter! Ich komm jetzt wieder! Ja, ich komm wieder! Oh, der ist ein 0! Der hat einen abgesprungen! Ist down! Okay, er ist down! Sehr nice! So, wo fahren wir hin? Äh, zu B! Können wir mal gucken, was da los abgeht! Halt dich bereit! Huiii! 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 Frag ich, sie macht das schön zügig voran hin! Oh, der hat's neutralisiert! So, wo ist der? Da hinter uns! Dann mal! Oh ja! Warte, ich werd noch raus zu Fuß! Gefässert! Lauf den mal kurz! Hey, wo ist der denn? Irgendwohin, hockt er! Oder er ist schon tot! Von uns ist einer gestorben! Ja, von uns ist einer gestorben! Alter! Alter, fast tot. 0% Leben noch. Oh Gott, die Viper dreht. Scheiße, ich leg mich mal kurz in die Ecke. Und... Ah, der hat mich nicht erwischt. So. Das ist ein Bug. Ja, ihr kommt nicht mit drin. 0% Leben. Ah, hier regegen. Regenerieren mich wieder. Oh, ja. Das ist mal zu gegen. Mal, across the map zu gegen. Ja, da sind wir auch quasi eins, oder? Das ist mir doch egal. Ja. Dann passen wir da durch. Natürlich nicht. Ah. Viper, scheiße. Was machst du denn? Fast getroffen. Oh, 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 oh. Ich bin tot. Ah, ich greff nicht. Ich muss mir jetzt die Igler. Nur um die zu nerven. Ja, okay. Kann das sein. Die Viper ist wieder weg. Oh, Alter. Na, sie ist wieder dicht, ey. Wir haben ein F verloren. Nicht gut. Ne, auf, hinten, ne? Okay, ich bin schon unterwegs. Oh, was ist ein 1-2-Score? Äh, 2-1. Oh, mein AKD ist auch nicht sehr positiv. 1-4. Oder hat 33 Frames hier auch. Oh, 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 oh. 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 Oh, oh, oh. Alter, wo rennt der denn da hinten rum? Alter, verrecken die denn mal! Alter! Endlich, Alter! Spurrier drauf, pass auf, komm hoch! Pass auf! Komm jetzt hier! Mir kommt ja keiner hoch! Hier sind einige Geräte gerade! Da drüben sind ganz viele! Oh, da sind zwei Leute unten, Alter! Noch zwei Leute unten, da bin ich da ruhig gestorben! Ich wurde mit... Loa, mit der Spaß? Wo war der denn? Loa, da bin ich across the map oder so, hat mir da Spaß erledigt mit Slug Money! Ah, die soll sich krass! Ach, die soll sich krass! Ach, das ist krass! Brauchen wir gerade? Wir müssen zu E, können wir direkt zu F laufen! Ach, ich bin mal wieder bei dir! Across mit Slug Money! Oh, da ist alle! Der Tank ist ein, was wir jetzt brauchen! Der Laufen gerade hinter uns! Der Laufen gerade hinter uns! Der Laufen gerade hinter uns! Oh, scheiße! Der Tank geb ich mir an! Und ich hab natürlich wieder die Igler dabei! Ich muss auch nochmal! Loa, kannst du den mal killen? Hier ist schon down! Der Typ hab ich... Loa, der... Der hat mich nicht getötet! Nein! Pass auf, der dreht sich! Ich muss kurz nachladen, mein... Das Mob... Ist der kaputt? Ne, doch der ist kaputt! Der Tank ist kaputt! Also ich hab... Ich hab direkt mal das Fahrzeug gesnackt! Diese Fettel will scheiß Bagger durch die Gegend! Das und das und... LOL! Sp... Alter, der mit deiner Spass-Wilf, ne? Alter, der ist nur im Campen! Och ja, komm! Der schimmelt immer irgendwie durch! Ich denk, der sieht mich nicht! Gilt der mich schon mal mit seiner Spass! Ja, mich auch! Der ist nur im Campen da mit seiner Spass! Jetzt ist er tot, toll! Ich hab ja einen schönen Bagger verloren! Ab und zu eh! Jetzt haben wir alles! Ich hab nen Tank! Komm! Jetzt weiß ich nicht wohin! Wir haben alles! Wir haben auch gleich gewonnen! Zwölf Tickets noch! Ja, war ja nicht so... Komm! Mach durch! War ja nicht so ne Bombast-Runde, ne? Ne, irgendwie nicht so, ne? Was hab ich denn? 2,6! Ja, optimal! Ja! Ja! Wir hatten gehört, ne? Aber wir haben jedenfalls gewonnen! Ja! Haben sehr viel bei dir gestragen! Ja! Der guckt ja unsere Scores an, im Gegensatz zu anderen, ne? Also ohne Spaß! Hm! So schön saftige Punkte jetzt! Ja, nix saftig hier! Ich gucke lieber Punkte als Türki! Ich bin schon richtig, Alter! Ich muss grad gucken, ob ich auf 2000 komm! Ich hab 2011! Oh, ich hab 2159! Wieso kriegst du mehr Punkte als ich, du Spacken? Du bist bestimmt mehr mal draufgegangen! Ja, ich hab Schalldämpfer freigeschaltet! Ne, ich muss sagen, kleine war feine Folge, hier ein bisschen Unterhaltung geben, wir muss ja euch auch ein bisschen geben! Ja, klein war die auch schon, ne? Ja, und? Ja! Aber nice war sie auch schon! Kann ich jedenfalls schneller hochladen! Na! Ja, aber ist doch so! Na egal, Leute! Haut rein, bis zum nächsten Mal! Tschüss! Jo! Tschüss! Hallo und jetzt, ihr kommt zu einer neuen Folge Battlefield 3! Ja, Markus, dankeschön! Ja! Ja, Markus! Oh Gott! Oh Gott! Hab's nur einen! Ja, ich wusste ja nicht, dass du direkt aufnimmst! Du sagst, du sagst noch nicht mal 3, 2, 1, du sagst unherzlichen Willkommen bei uns! Ja, los geht's, ne? Wir entschärfen mal! Ach ne, scheiße, haben wir vorgekommen! Wir sind angreifbar! Ach ja, stimmt! Ne, ne, das ist ja gut denn! Ja, wir sind hier bei, äh, Operation Metro! Äh, Rush machen wir gerade! Geht jetzt auch schon runter, ne? So, noch mal einen weg! Na stimmt, wir werden die anal penetrieren, ne? Glaube ich auch, ne? Nicht nur anal! Oh, hart! Oh Gott! Sniper! Oh Gott! Oh Gott! G8! Ui! Oh, ich bin tortsch! Ich hab grad mit 4-0 gestartet! Oh Mann, Tore! Warum ist es vorne nicht bei dir? Ja, da sind ganz viele Gegner! Schon wieder 0% Leben! Ja, sicherlich! Oh, hab ich dir um die Ecke geschwollt! Kevin hat mir erzählt, du meinest irgendwie... Hast du das erzählt, dass bei B4 die M6 rausgedatcht wird oder so? Ja, die haben 16.3, gibt's nicht mehr! Warum nicht? Weil ich find die gar nicht so OP! Die ist richtig OP! Die ist richtig OP! Die ist richtig OP! Ich spiel die grad auch nicht, ich find die du! Der war halt OP! Oh Mann! Ich werd schon direkt wieder bei dir angeschossen, Mann! Ja! Ich hab da eingekischt! Oh Mann! Hier, Nick, kannst du dich echt auf den Boden legen! Geh, wofür habt ihr, ey! Aber ich mag die Rush gerade ziemlich gerne, aber wenn die einen extra Teil von der Map die hat, mag ich echt gerne! Alter! Ja! Ja sicher mit der AK-74 gehört! Und er hat noch 2% Leben! Oh! Wir sehen ihn auch von überall! Ja, endlich! Da müssen wir spawnen können! So! Wir haben's geschafft! Los! Wir haben's geschafft! Ich muss hier im Mess! Alter, wir haben wir im Mess gerettet! Nein! Ich muss nachladen! Nein! Oh Mann! Die spawnen die auch wieder bei dir! Unmöglich! Oh, sind wir überlebt? Ja! Bitteschön! Lass mich kurz mal jetzt mal im Stummgewehr nachladen! So! Alter! So! Wir müssen los! Dann kurz mal einen Nader hin zu den Gegnern da vorne! Da sind keine Gegner! Die sind schon drin! Wir dürfen da nicht! Liegt doch alles voll in den Büschen jetzt! Wieder einer down! Und da vorne hängt auch noch einer! Kann ich sein! Penisgesicht! So! Los geht's hier! Komm! Rein da! Gehört! 7-1! 1-3! Yeah! Kommt noch! Kommt noch! Mach ihn fern dich! So! Wetten! Die campen da drin! Da kommen wir jetzt wieder hoch! Oh! Hatte ich das nicht gesagt, dass die da drin campen? Alter! Jetzt komm ich da nicht hoch! Oder was? Ja! Ich komm hier! Ich weiß gar nicht! Ich bin ganz selten rushed! Nein! Geh da nicht rein! Ne! Ich weiß nicht, wo ich lang zu gehen kann! Nicht da rein! Ah! Hier unten! Ah! Das Ding! Man kann da gar nicht oben lang! Das ist peinlich! Jetzt auch egal! Ich laufe aber trotzdem gerade über den Legereingang! Nee! Nicht über den Rechten gehen! Hab ich gesagt! Nicht über den Rechten gehen! Achso! Ja! Ich bin gut reingekommen jetzt gerade! Gucken wir uns das mal an hier! Spektakel! Oh Gott! Oh! Hab ich veraimt auch noch! Hab ich veraimt! Alter! Und dann mit dem Magnum jetzt! Joa! 1%! Da bin ich nicht verarscht und auf dem Gesicht! Da wurde ein feindlicher MG Schütze gesichtet! Boah! Lass mich mal springen! Oh! Wo ist denn der hier im Start? Hä? Wo ist er denn geladen? Was ist denn da? Uh! Ich hab das gleich zu weh! Boah! Da hängen sie schon wieder! Ich schmeiß mit Markus mal ein Meter! Oh! Markus ist aufgegangen! Wollen wir jetzt gleich mal wieder hier! Auflegen! Da drin kommt einer! Boah! Da muss man so schnell nachladen! Wird nicht passen! Ich hab jetzt mal eine Nade rein! Dann drücken wir mal ein bisschen! Jetzt machen wir hier Ding nicht mal scharf! Nein! Oh! Nicht geschafft! Jetzt so gierig gewesen! Ich muss erst mal umgucken! Oh! Spray mal mit dem Scheiß Ding da wieder rum! Ja! So! 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 Mit dem komischen Typen mal hier! Metro ist auch ein bisschen behindert! Da kann man auch nicht sterben! Oh Gott! Ne! Wer blockiert mich hier! Alter! Was für ein Bob! Ich hab mich noch 10% an dem! Was für so ein Typ meinte! Oh! Oh! Na ja! Glückstache! Alter! Wie soll ich denn hier durchkommen bitte! Alter! Was ist das denn? Alter! Boah! Anja sicher! Wo war der denn noch? Alter! Und Spaß! Hier geht's voll ab! Ja toll! Einer liegt mit der PKP auf dem Boden! Mit 25 Servicestars mit der PKP! Und ballert Dauerfeuer! Weißt du wie noch als wir da saßen und Cam den ganzen Tag weggesnackt haben? Ja! 45 Servicestars auf der... Hier ist der Medikett mal! 45 A5! Und da hat gerade auch keiner nach! Sam! Geh weg! Geh raus! Geh aus der Tür raus! Mann! Ja! Ich krieg doch Schaden, Mann! Da kannst du nicht raus! Da kriegst du so Instant Damage! Ja! Du kannst aber auch nicht mitten in der Tür stehen bleiben! Ja! Muss ich doch! Ich muss den Typ noch einfach weggsnacken! Oh Gott! Von hinten! Schaut die von hinten! Oh Mann! Oh! Die Huren! Alter! Ich krieg keinen davon tot! Alter! Mir reicht's mal! M320 da rein! In das so floch daher! Ja! Ja! Das Kaviar! Ah! Ja! Ja! Mit der Spaß! Oh! M320! Ja! Ist Feierabend! Bam! Er ist hier kaputt! Ja! Weil die eh alle da hocken! So! Ab zu B jetzt! So! Anpassen! Ausrüstung! Zubehör! Ja! Kommt schon! Alter! Wieso steht der hier nicht? Unterlauf! Alter! Ich hab hier schon so viele gekillt! Ey! Ich hab hier schon so viele gekillt! Ich hab hier schon so viele gekillt! Ich hab hier noch 10%! Ich hab hier schon mal 2%! Ich hab hier noch einen 2%! Ich hab hier noch so viele gekillt! Mal so wie ich noch leben! Mal so wie ich noch habe! Schau mal! Marco spawnt! Oh! Schon mal Safe hier! Ah! Die Lager war eigentlich gar gut in den Kontrolle hier! Geh mal mit hier nach oben! Wir rush mal ein bisschen durch! Ja! Na da unten sitzen wir! das war scheiße oh mein gott mit dem mg auf dem boden warum kennen die denn alle? ich sieh die nicht mal ja mit der granate wildes wiesel alter wieso müssen die eigentlich wie so ratten alle nennen das ist ohne scheiß da siehst du ganz viele solche äh wildes wiesel kamikaze alter wildes wiesel stimmt ja oder die scheißen alle so behindert irgendwie immer wie so ratten ich weiß nicht ob das deren wütter sind die das dem vorgeben oder so ich weiß das nicht du denk dran sohnemann ratten sind geil ja so muss das sein dass wir schon mal 20 leute abstrecken hier die hocken alle da oben ey ich krieg die gar nicht die liegen da oben von wo denn ich krieg ich bin auch mit 10 mann wo ich nicht bin der stand hinter uns der stand hinter uns der stand hinter uns achso wer bekommt der da an das war ein wildes wiesel gemässer alter lag das von mir gerade ich hab trotzdem noch ein weggesnack im lag durchwenn das ist ne gute idee ich weiß es nicht wieso kriegst du schon wieder schaden ja ich bin oben in den gang ich muss kurz mal heilen mein scheiß erkälte irgendwann auch hier ich bin jetzt auch mal im gang hier drin ich bin hinter dir oh fuck hab den ich will nicht wieder schnell wie viele leute da draußen sind da kommt einer rein oh gott der ist umgemäht worden ich muss kurz nachlassen alter da sind viele viele menschen alter ich ha 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 ja sichi hier dein midi kick alter erstmal beruhigen jetzt hier lebst du noch ja ich glaub denn der da vorne hängt auch keiner ich krieg wohl nicht schon ja bist du tot ja ich bin noch ich hol dich ich hol dich ich hab dich alter wir sind direkt wieder tot ich hab dich hab dich hab dich komm zurück 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 rein ich seh nix ich seh nur rauf hab einen da ist noch einer hinlegen 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 alter ich sitz hier immer noch drin wo du von gestorben bist ne sitz ich hier gerade alter voll awesome hier komm her marcus nicht drauf gehen marcus ja warte mal so medical im metal gehört ich war rasch mal raus hier oh oh hab einen ich komm zurück ich komm zurück nein ich bin dir selbst rum gestorben scheiße weil ich hol dich ne geht nicht mehr du wirst nicht mehr nein oh man granate ich war zu gierig ich wollte den typ wiederholen ja du kannst gar nicht mehr so ich wollte nur was ich wollte nur was für die menschheit tun warum wirst du da wo sie hier denn schon ganz alter lass mal schön den typen da rollen den scheiß camper die holen wir mal wieder hier der will sie dir auch die eier abbeißen ich komm mal mit dir da hoch ich komm mal mit dir da hoch du hast so ne schöne position gehabt und der zweite der rauskommt flüht den direkt der hat noch einen kill abgemacht so ich geh mal hier ans fenster der wird sich aber auch schon die sackhaare schaumig machen die sowieso ich bin blond pferd nein 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 boah verdammt knapp 1% ich brauch ein Leben wo bist du denn? bist doch hier oben oder nicht? ne ich bin durchgerannt hast du Leben zufällig? ja Tore wirf mal runter komm mal runter ja ich werf dir mal ein Ding runter na hier ich bin unter dir nehm wieso hast du kein Leben? ja weil ich grad gestorben bin fast durch diesen homo da der jetzt auch tot ist ja der ist auch tot boah alter danke wieso bist du Pionier? ne ich bin ich hab M320 drin gehabt achso stimmt stimmt sind so viele Achtung ne ich geb euch mal von hier oben diesen Feuerschutz wenn ihr bestimmt planten könnt ja sicher ja wo liegen die denn? ich seh hier super rote Punkte ich weiß nicht wo die sitzen ja die sitzen unten oben das gibt's mehrere Etagen ne ja meine Pläne ist bei uns da für Pläne ist ja ja wir sind wir sind der A ist äh safe oh god nate hui so B mit nochmal schöner Brocken lol wie hast du denn gemacht? hab ich mir wiederbelebt trotzdem weiß ich nicht wie das gemacht wird Achtung die Sprengladung wurde platziert over oh gott Achtung wir haben das Einsatzziel ausgestattet oh gott oh gott davon sitzt einer oh oh erstmal kurz veraimt erstmal kurz veraimt nicht sterben boah das sind zwei Leute wir haben gleich gewonnen wir haben gleich gewonnen hier ist dein Willi ja neiiiiiine wir sind in der Rest noch da knapp gewonnen ja mir schnell ja 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 komplett einmal durch gerasht 15,8 gut ja 15,6 war auch ok ja einfach komplett schnell durch die Kaminer ja oh gott Penislutscher da ey ja theoretisch kannst du ja auch die von eben und von der jetzt zusammenhängen ja weiß ich noch nicht mal gucken wie ich das mache ja weiß noch nicht wie lange das geworden ist jetzt glaube ich auch nur 10 Minuten ja gut ich glaube klatscht dann zusammen glaube ich ja ja so machen wir mal springen hier so würde ich sagen ja 12 Minuten geht das ja auf jeden Fall mal wieder wer zugeschaut hat vielen Dank ja ja und bis zum nächsten Mal ne bis zum nächsten Mal ne tschüss tschüss